Jetzt mal Hand aufs Herz. Was macht eure Firma so für den Umweltschutz und die Artenvielfalt? Vielleicht trennt ihr Müll oder versucht so viel wie möglich digital zu machen, sodass wenig Papiermüll anfällt. Auf dem Level sind sicher die meisten von uns, doch was tut ihr und eure KollegInnen wirklich aktiv und wie sieht euer Büro und Firmengelände so aus? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, euren Berufsalltag biodiverser zu gestalten? Um diese und andere Fragen soll es heute gehen, hier im Klimapodcast von Detektor FM. Mein Name ist Ina Lebetierf, hi. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs. Biodiversität, das ist so ein Wort, das uns in allen möglichen Situationen immer mal wieder um die Ohren fliegt. Biodiversität ist ziemlich komplex. Ein Begriff, viele Bedeutungen. Gemeint ist zum einen genetische Vielfalt, zum anderen aber auch die Vielfalt verschiedener Ökosysteme. Dazu gehören Wälder, Wiesen, Gewässer und so weiter. Und zu guter Letzt natürlich auch noch die Artenvielfalt in Ökosystemen, also verschiedene Tiere und Pflanzen. Die meisten, die jeden Tag ins Büro fahren und dort am Schreibtisch ihre Aufgaben abarbeiten, haben mit Biodiversität wahrscheinlich eher wenig am Hut. Dabei gibt es einige Möglichkeiten, wie man ein Büro oder Firmengelände mit wenig Aufwand ökologisch etwas aufwerten kann. Meine Kollegin Imke Zimmermann hat sich mit dem Thema beschäftigt. Hi Imke. Hi Ina. Wir haben ja bei Mission Energiewende schon öfter über Biodiversität gesprochen, ist ja klar. Sei es in Form von Urban Gardening oder vor kurzem auch, als es um die Tiny Forests ging. Warum ist dieses Thema denn eigentlich so wichtig? Ja, es gibt viele Gründe, aber um es mal in Zahlen deutlich zu machen. Es gibt einen Bericht des Weltbiodiversitätsrates und der geht davon aus, dass weltweit mehr als 75 Prozent der Landgebiete unseres Planeten erheblich degradiert sind. Das heißt, die Flächen sind verwüstet, verschmutzt, entwaldet oder zu landwirtschaftlichen Nutzflächen umgewandelt. 75 Prozent, das ist schon eine ganze Menge und das hat natürlich auch negative Auswirkungen auf die biologische Vielfalt, unsere Ökosysteme und auch den Lebensmittelsektor. Der Vollständigkeit halber, die Zahlen stammen aus einem umfassenden Bericht des Weltbiodiversitätsrates IPBES zum Zustand unserer Ökosysteme. Das Papier ist schon vor fünf Jahren rausgekommen. Und dieser Weltbiodiversitätsrat sagt darüber hinaus, dass eine Million Tier- und Pflanzenarten so stark bedroht sind, dass sie noch in diesem Jahrhundert aussterben könnten. Und das wäre jede achte Art. Und mit solchen Berichten könnte man eigentlich noch eine ganze Weile fortfahren. Ein Risikobericht des World Economic Forums aus dem vergangenen Jahr prophezeit sogar einen Kollaps von Ökosystemen in den nächsten zehn Jahren. Das wäre fatal, denn wir brauchen fruchtbare Böden, Mikroklima, Bestäubung, Wasserhaushalte. Solche Faktoren sind für uns Menschen und auch die Lebensmittelbranche unverzichtbar. Ja, so dieses Prinzip, alles hängt mit allem zusammen. Also krass, hier im Klimapodcast gibt es ja ehrlicherweise jede Woche so eine kleine Portion Weltuntergang. Gerade deshalb finde ich das auch so wichtig, dass wir uns vor Augen halten, was so auf dem Spiel steht. Und ehrlicherweise, wenn ich vorm Supermarkt oder in der Fußgängerzone an diesen kleinen Pop-up-Ständen vorbeikomme, wo NGOs Geld für eine bessere Welt sammeln, dann denke ich mir oft, ja, mache ich beruflich. Ich mache was mit Klima, ich beschäftige mich mit dem Thema. Aber es geht ja vielleicht nicht allen so, oder? Ja, stimmt. Wir alle verbringen roundabout 40 Stunden der Woche auf Arbeit. Manche mehr, manche weniger. Das ist einfach echt viel Lebenszeit, die in Sachen Biodiversität ja ungenutzt bleibt. Zumindest, wenn wir nichts mit dem Thema anfangen. Wenn wir alle also immer nur in der Freizeit darauf achten, unseren Garten oder den Balkon insektenfreundlich zu gestalten, dann ist das zwar eine gute Sache, aber das reicht nicht aus. Gerade bei größeren Firmen ist vor allem Flächenversiegelung ein ziemlich großes Thema. Einige Unternehmen haben ein riesiges Firmengelände und eigentlich auch viel Platz. Der wird dann aber häufig für Parkplätze oder asphaltierte Innenhöfe genutzt. Das ist nicht nur blöd für die Flora und Fauna, sondern auch gar nicht so durchdacht, wenn man an die Witterungsbedingungen denkt. Ich muss gerade darüber nachdenken, wie viele Schritte wir hier über den betonierten Industriehof gehen, um dann am Schreibtisch anzukommen. Also das Bürogebäude, in dem wir unsere Studios haben, wo wir hier auch gerade stehen, ist jedenfalls von ganz schön viel Stein umgeben. Und ich habe tatsächlich gerade auch Videos gesehen von KollegInnen, wie sich bei den letzten großen Unwettern unter den Dachfenstern, also im Büro, Pfützen gebildet haben und unsere Leute den Flur mit Handtüchern auslegen mussten, weil das Wasser nicht so schnell und gut ablaufen konnte. Ja, da hast du einen guten Punkt. Das ist tatsächlich gar nicht so unüblich. Wir alle haben gemerkt, dass es in diesem Sommer ganz schön viel geregnet hat oder auch immer noch regnet. Und das wird in den kommenden Jahren stetig zunehmen, prophezeien Fachleute. Versiegelte Flächen, vor allem in Städten, die sorgen dafür, dass das Wasser nicht richtig abfließen kann. Das führt dann wiederum zu Überschwemmungen. Statt die Fläche also komplett zu versiegeln, gibt es zum Beispiel so eine Art Steinraster, auf dem man Autos dann abstellen kann. Das heißt, die stehen sicher, aber da kann zwischendrin auch noch ein bisschen was wachsen. Das habe ich hier auf dem Hof, glaube ich, auch schon gesehen, dass es so Rasterflächen gibt. Aber sagen wir mal so, für Angestellte wie dich und mich ist das ja jetzt zum Beispiel nichts, was wir beeinflussen können, wo wir aktiv werden können oder wo wir einfach genug Macht hätten, was zu ändern. Dann, was können wir denn, was können denn Otto Normalverbraucher normalos so machen? Das habe ich eine Frau gefragt, die sich genau damit richtig gut auskennt. Biodiversität im Berufsalltag ist ihr Thema. Lara Beuhe ist Geschäftsführerin und Co-Founderin von Artenglück, einem Unternehmen, das sich für mehr Artenvielfalt vor der eigenen Haustür einsetzt. Zusammen mit Land- und Forstwirten, Naturschützenden und Forschenden, Unternehmen und anderen Leuten, die Bock haben, was zu reißen. Lara Beuhe weiß, worauf es ankommt und hat mir tatsächlich auch ganz viel Wissen mitgegeben. Ganz praktisch ist es zum Beispiel, wenn man wirklich viel Platz hat, eigene Blühwiesen anzulegen. Da kann man schon ganz, ganz viel machen mit regionalem Saatgut, mehrjährigem Saatgut, als auch manchmal bietet es sich an, richtig Tiny Forests zu machen, zum Beispiel mit Obstbäumen oder verschiedenen Bäumen, die einfach sinnvoll sind in der Region. Das kann man dann immer vor Ort gucken. Auch so Dinge wie Hochbeete an Parkplätzen sind super toll. Und ja, dann, was wir merken, was immer auch einen großen Impact hat, ist einfach das Thema Bildung tatsächlich. Weil wenn man seine Mitarbeitenden mitnimmt und denen erklärt, warum haben wir hier jetzt ein Blühbeet zum Beispiel, warum stellen wir ein Insektenhotel auf, warum ist das wichtig und was kannst du auch in deinem eigenen Garten tun, man damit einfach ganz viel schon erreichen kann, weil einfach dieses Bewusstsein dafür entsteht. Guter Punkt, wie ich finde, wichtig ist immer erstmal die Kommunikation und das Verständnis. Da sind vor allem Blühwiesen das beste Beispiel. Viele denken, dass man in den Baumarkt geht, ein paar Samen kauft und dann hat man was Gutes getan. So einfach ist es aber leider nicht. Ich habe ja zu Hause so eine Kiste mit allem möglichen Saatgut, zum Beispiel Kapuzinerkresse-Samen, die ich mal geschenkt bekommen habe von lieben Menschen, die sich ganz aufopferungsvoll um einen richtig magischen Garten kümmern. Aber da sind zum Beispiel auch diese Tütchen drin, die man auf Hochzeiten geschenkt bekommt fürs Dabeisein. Und das ist jetzt wahrscheinlich nicht die beste Bio-Qualität. Aber ehrlicherweise habe ich neulich gerade so ein Tütchen eingepflanzt, ausgesät, so aus Neugier. Allerdings nicht irgendwo, sondern im Balkonkasten. Jetzt ist die Frage, was muss ich denn eigentlich grundsätzlich beachten, wenn ich eine Blühwiese anlegen will? Gibt es da irgendwelche Vorgaben? Vorgaben ist ein ganz gutes Stichwort. Wir sind ja auch immer noch in Deutschland. Man sollte jetzt also nicht einfach irgendwo diese Saat hinstreuen. Okay, dann habe ich ja schon mal nicht ganz so viel falsch gemacht. Richtig. Vor allem sollte man die nicht auf öffentliche Flächen streuen, sonst kann es nämlich durchaus Probleme mit dem Grünflächenamt geben. Wenn es auf dem Firmengelände ist, dann kann man das natürlich einfach mit dem Facility Management absprechen. Die wissen ja in der Regel, worum es geht oder eben mit dem Vermieter, wenn man jetzt keinen Hausmeister oder ähnliches hat. Man muss aber noch ein paar Dinge beachten. Da dann wirklich genau gucken, wo macht es auch Sinn, wo kann man was anpflanzen, weil es wichtig ist, den Boden auch richtig vorzubereiten. Häufig ist ja überall Gras. Gras ist so gezüchtet, dass es die ganzen wichtigen Wildpflanzen unterdrückt eher. Und deswegen müsste man einmal den Boden vorbereiten. Das heißt, wenn er Gras ist, ist das einmal richtig umgraben am besten sogar. Das kommt natürlich darauf an, wie groß es ist. Es gibt auch Maschinen, die man sich im Baumarkt dafür ausleihen kann. Dann geht es natürlich ein bisschen einfacher, wenn es eine große Fläche ist. Und dann das richtige Saatgut zu kaufen. In vielen Baumärkten ist es leider so, dass da einfach postuliert wird, ja, das ist insektenfreundliches Saatgut. Aber die Zusammensetzung sind zum Teil, sind da auch Pflanzen dabei, die giftig sein können, zum Beispiel für verschiedene Schmetterlingsarten. Oder es ist Saatgut, was gar nicht für die Region angepasst ist, sondern, keine Ahnung, aus Rumänien oder so kommt und gar nicht hier heimisch ist. Und es ist eigentlich sehr wichtig, da das richtige Saatgut auszuwählen, weil die Pflanzen sind natürlich auf Boden und Klima eingestellt. Und wenn das genau angepasst ist, dann ist die Blütezeit viel, viel länger, die wachsen viel besser, die wachsen auch mehrjährig und dann hat man halt viel, viel mehr davon. Ich hatte Lara Beue noch nach ein paar Beispielen für die Zusammensetzung gefragt. Wir sehen ja nicht alle unbedingt ExpertInnen auf diesem Gebiet. Deswegen hier nochmal ihre Favoriten. Sonnenblume, Ringelblume, Kornblume, sowas aber auch wie Senf, Faselia, die wilde Möhre, die blüht zum Beispiel ganz schön weiß. Wenn ihr bei der Zusammensetzung im Baumarkt oder generell, wo ihr kauft, das auf Blühwiesenmischungen seht, dann seid ihr auf der richtigen Seite. Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner. Euer Laptop läuft mit 100 Prozent Ökostrom, eure Heizung mit klimaneutraler Wärme. In der Garage lädt euer Auto und auf dem Dach erzeugt ihr euren eigenen Solarstrom. Klingt nach Zukunftsmusik, ist aber jetzt schon leicht zu haben. Bei Lichtblick bekommt ihr alles, was ihr für einen klimaneutralen Lebensstil braucht. Jetzt einfach wechseln zu Deutschlands größtem Ökostromanbieter. Jetzt ist es ja natürlich auch schon ein bisschen Aufwand, Genehmigung einholen oder eine Erlaubnis in irgendeiner Form, den Boden umgraben, säen und so weiter. Das nimmt ja auch Zeit in Anspruch und man braucht auch eine Fläche dafür oder den Platz. Was ist, wenn man jetzt nur ein kleines Büro hat, ein kleines Team ist, kann man dann trotzdem Blühwiesen säen? Ja, du hast es schon angesprochen und bei deinem Balkon ja auch schon richtig gemacht. Das geht auch wunderbar in einem Blumentopf. Das hat mir Lara Bo ja auch gesagt. Da funktioniert es eins zu eins genauso. Richtiges Saatgut auswählen, säen, schön gießen und dann abwarten. Ungefähr sechs Wochen kann das schon dauern. Und wenn man jetzt keine Blühwiese anlegen will, weil man das alles als zu viel Aufwand empfindet oder einfach lieber bunte Pflanzen haben will, die direkt blühen und die man nicht erst hochzüchten muss, dann gibt es natürlich auch Optionen. Eine optimale Pflanze ist da zum Beispiel der Lavendel. Können wir alle. Da kann man sich einfach schöne Blumentöpfe besorgen und den aufs Fensterbrett stellen. Man sollte nur wirklich darauf achten, dass die Pflanzen aus dem Baumarkt nochmal umgetopft werden, denn die haben meist viel zu wenig Platz in den kleinen Töpfen dort. Und was auch ganz toll für Insekten ist der Rosmarin. Der blüht auch richtig schön. Ist auch eine sehr gute Futterquelle. Ich habe das vor kurzem, glaube ich, auch schon anklingen lassen in unserer Garten-Episode hier bei Mission Energiewende. Für Menschen, deren Balkon so ein Schattendasein frisst wie meiner, sind Küchenkräuter echt dankbar und schön und trotzdem eben super für Bienenschmetterlinge und Co. Ja, dann lass uns doch direkt mal bei den Insekten weitermachen. Die sind ja extrem wichtig für unser Ökosystem als Futter für andere Tiere. Aber natürlich auch, weil sie durch die Bestäubung von Blüten dafür sorgen, dass die Artenvielfalt erhalten bleibt. Wenn wir jetzt die Blühwiese gesät haben oder eben im Balkonkasten uns ein bisschen was angelegt haben oder den Lavendel auf dem Fensterbrett stehen haben, was gibt es da noch zu beachten und zu tun? Ja, was viele nicht wissen, auch Insekten müssen trinken. Also wer frisst, muss auch trinken. Viele stellen ja so kleine Wasserschälchen für Vögel auf und das ist prinzipiell auch gut für die Vögel. Aber Insekten kommen dann nicht so gut dran. Deswegen ist es besser, so eine kleine flache Schale zu nehmen, wo dann noch ein paar Steine reinkommen, sodass Bienen und Co. dann entspannt trinken können und eben nicht ertrinken. Und die Vögel, die stört das auch überhaupt nicht, wenn sie sich erstmal dran gewöhnt haben. Deswegen win-win. So eine Schale kann man auch ganz einfach aufs Fensterbrett stellen. Da eignen sich auch super diese, ich sag mal, Abtropfschalen von so Blumentöpfen, die man drunter stellt. Die sind relativ flach. Und da kann man den Insekten dann auch eine kleine Stelle schaffen, wo sie trinken können. Und Insekten brauchen ja auch eine Behausung. Die müssen ja irgendwo wohnen. Und Insektenhotels sind ja seit geraumer Zeit auch, ich würde mal sagen, Trend. Aber auch hier sei geraten, Finger weg vom Baumarktkram. Denn ein Insektenhotel bauen, das kann auch ein super Team-Event sein. Total, das kann man wirklich super selber machen im Team. Das macht auch riesig viel Spaß. Da ist es wirklich wichtig, welches Material benutzt man beim Holz. Ganz wichtig darauf zu achten, dass es unbehandeltes Holz ist. Also bitte auch nicht streichen, wenn möglich. Weil das die Insekten einfach abhält. Sozusagen dieser ganze Geruch und so weiter von den Lacken ist halt eben auch zum Teil giftig. Und das unbehandelt ist, dass es geschliffen ist. Das heißt, dass es nicht so ganz, ja, dolle Splitter hat, die rausgucken. Weil daran können die sich natürlich ihre kleinen Flügel aufratschen. Und das ist dann nicht so schön. Dann können sie nicht mehr fliegen. Und was auch immer viele nicht wissen, was ganz wichtig ist, wenn man zum Beispiel innen rein so Röhrchen macht, dass diese Röhrchen am besten verschiedene Durchmesser haben. Weil die verschiedenen Insektenarten natürlich verschieden groß sind und die verschieden viel Platz brauchen. Manche sind kleiner, manche sind größer. Und da ist ganz wichtig, dass sie eben einen bestimmten Durchmesser haben. Und da auch diese Röhrchen, die Eingänge sozusagen, auch die am besten nochmal gefeilt werden. Dass auch da keine Splitter abstehen, damit die sich eben nicht verletzen können, wenn sie da reinfliegen und ihre Eier dort ablegen. Ich habe ja vor ein paar Jahren auch mal zu Bienen- und Insektenhotels recherchiert und da Reportagen gemacht. Und erinnere mich daran, dass auch die Holzarten Thema ist. Und deswegen habe ich das nochmal nachgeschlagen. Also das Holz von Nadelbäumen ist nämlich für Insektenhotels eher ungeeignet, sagen NaturschützerInnen vom NABU. Weil eben Harz aus diesen angebohrten Kanälen den Bienen die Flügel verkleben kann. Auch Weichholz, zum Beispiel Weiden, ist nicht so günstig. Das quillt dann manchmal auf, wenn es feucht wird und verklebt eben diese Gänge. Besonders gut sind aber Eschen, Obstbaum oder Rubinienholz geeignet. Und was man auch bei Insektenhotels sieht, also ich habe es mal gegoogelt. Und das sind so die, die es in der Dekoabteilung zum Beispiel zu kaufen gibt. Und dass da Fächer mit Tannen oder Fichtenzapfen gefüllt sind, sieht hübsch aus, man denkt sich ja cool. Da sagen die Fachleute aber, dass das leider völlig sinnlos ist und dass keine Wildbiene jemals dort ein Ei ablegen möchte. Ja, fand ich einfach nochmal interessant so für den Hinterkopf. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was man alles im und um das Büro oder auf dem Firmengelände so machen kann. Insektenhotels, Blühwiesen und die richtigen Pflanzen und so weiter. Das sind ja schon alles Sachen für den Alltag. Aber gibt es noch was, was man jetzt als Team außerhalb vom Büro machen kann? Auf jeden Fall. Viele von uns arbeiten ja auch in Großstädten oder Großraumbüros oder in so riesigen Hallen. Das ist ja alles heutzutage normal. Da ist man limitiert. Aber wir können uns jetzt mal alle selbst fragen, wo denn unsere letzten Teamausflüge oder teambildende Maßnahmen, wie es so schön heißt, so stattgefunden haben. Rooftop-Terrasse mit einem Säckchen, Dampferfahrt durch die Stadt, Essen, Kino, Grillabend. Alles super, macht super Spaß. Will ich mich auch gar nicht von befreien, dass ich das toll finde. Aber es gibt tatsächlich Möglichkeiten, auch solche Team-Events mit Naturschutz zu verbinden. Was Lara Boye von Artenglücken mir da erzählt hat, klang eigentlich auch ganz cool. Ja, wir machen da ganz verschiedene Sachen. Entweder wirklich, dass man ein großes Blühfeld aussieht. Das heißt, wir nehmen landwirtschaftliche Flächen, die nicht für die Nahrungsmittelproduktion geeignet sind. Die sind häufig so zwischen 5000 und 10.000 Quadratmetern groß. Also mehrere Fußballfelder. Und die sät man dann gemeinschaftlich aus und macht zwischendrin noch ziemlich viele lustige Spiele, die wir entwickelt haben, damit es auch zum richtigen Teambuilding-Event wird. Man macht Quizze, aber auch so eine Art Staffellauf und lernt halt viel über Biodiversität, die verschiedenen Pflanzen und Insekten. Oder wir nehmen euch mit in den Wald. Das macht auch immer riesig viel Spaß. Da laden wir immer eine Gruppe ein, die dann auch mit uns und einem Förster von dem Forstgebiet wirklich in den Wald geht, sozusagen eine kleine Wanderung macht, ganz viel über die Bäume lernt. Was zum Beispiel der Borkenkäfer eigentlich mit dem Waldsterben zu tun hat. Und oft dürfen sie auch unter Anleitung der Förster das wirklich noch professionell ein paar Bäume pflanzen. Das ist nämlich ganz wichtig zu beachten, wie man die pflanzt. Die können leider ganz schnell sterben. Und genau, das macht auch immer sehr viel Spaß. Dann kann man natürlich noch ein Picknick im Wald machen. Oder wenn man sagt, hey, wir haben echt ein cooles Firmengelände. Wir können das auch vor Ort direkt bei uns machen. Da gucken wir immer ganz individuell, was macht denn bei euch Sinn und verbinden das auch immer mit Spielen. Und ja, so kann man eben spielerisch ganz viel lernen, ist draußen in der Natur und kann eben echt was Gutes tun. Und häufig laden wir auch die Familien ein oder man macht es mit sozialen Projekten zusammen, dass man das zum Beispiel mit Jugendlichen aus schweren Verhältnissen macht. Oder auch mit Senioren und Senioren in einem Altenheim. Das ist auch immer total schön. Die freuen sich immer sehr. Ja, also ich glaube, die Menschen, die sich mit Biodiversität schon ein bisschen auseinandergesetzt haben, für die ist das jetzt alles nicht so super neu. Aber ich finde es immer wieder schön zu sehen, wie einfach man doch eigentlich etwas für mehr Biodiversität machen kann. Was ist denn bei dir hängen geblieben heute? Beziehungsweise was wäre denn dein Go-To? Worauf hättest du mal Lust? Vielleicht hier bei Detektor. Na, das war jetzt schon so ein bisschen Kino im Kopf, jetzt beim letzten O-Ton die Musikredaktion beim Bäume pflanzen zu sehen. Darauf hätte ich auf jeden Fall mal Lust. Das ist was, was ich noch besser finden würde als Minigolf. Meinst du, wir kriegen das Team da überzeugt? Ich denke, ich denke. Wir haben gestern darüber gesprochen, was unser nächster Teamausflug sein wird. Ich glaube, wir können das unbedingt mal mit in den Raum werfen. Sehr gut. Jetzt hast du dich ja jetzt mit diesem Thema befasst und dazu recherchiert. Was reizt dich denn daran am meisten? Also was ich super interessant finde, wo wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen haben, ich aber mit Lara Boye gesprochen habe, sind sogenannte Vogelfenster. Ich mag Vögel sehr gerne und habe mich damit schon beschäftigt. Deswegen kenne ich das. Ich kann mir aber vorstellen, dass es viele Leute gibt, die gar nicht wissen, was sowas ist. Und dass es zum Beispiel Vögel gibt, die auf dem Boden nisten und auch in Feldern. Und Artenglück macht das unter anderem auch, dass dann quasi für die Bauern eine Freifläche geschaffen wird, wo die halt nichts anpflanzen, nichts hochzüchten. Und da können dann die Vögel nisten, weil heutzutage ist ja alles auf Masse ausgelegt. Es gibt auch unsere Felder und das ist alles so eng bewachsen dort, dass die Vögel, die eben sonst auf dem Boden nisten, zwar ihre Nester dort hinbauen, wenn das Getreide noch nicht so hoch ist. Aber dann, wenn es sehr hoch ist, kommen die da überhaupt nicht mehr hin, können da nicht mehr starten und landen, weil auch Vögel sind so ein bisschen wie ein Flugzeug und die brauchen eine kleine Landebahn und können nicht einfach so Karacho in so ein Feld donnern. Und deswegen finde ich das auch super interessant. Ich kann mir vorstellen, dass das viele noch gar nicht wussten. Wenn man das so von oben anguckt, dann hat man halt so dieses Feld und das ist so ein bisschen wie so ein Schachbrett, weil es an ein paar Stellen eben dunkel ist, weil da eben Boden ist. Und ich habe jetzt überlegt, ob mir Bodenbrüter einfallen und musste nochmal das Internet befragen. Also Feldlerche sind zum Beispiel Bodenbrüter, das Braunkirchen. Fällt dir noch was ein? Ich meine, das war es das Rehpun. Es stand auf jeden Fall zur Auswahl der Vögel des Jahres letztes Jahr, weil ich da auch immer fleißig abstimme. Ich glaube, das Rehpun ist auch ein Bodenbrüter. Ja, genau. Also es ist jedenfalls total spannend. Dieses Problem ist sozusagen aus dem Perfektionismus unseres Tuns und Handelns entstanden. Nämlich früher waren die Felder nicht so perfekt und dann hatten die Vögel noch genug Platz eben, um zu landen, um ihre kleine Landebahn zu haben. Und heute ist auch durch GPS-Tracking und all diese Dinge sind die Felder ja sehr, sehr perfekt, sehr, sehr genau ausgerechnet und jeder Halm wird untersucht, wie viel Nährstoff er noch braucht und so. Und das ist alles einfach sehr dicht und sehr eng bepflanzt und perfekt abgestimmt. Und da ist einfach kein Platz mehr fürs wilde Tierleben. Und deswegen macht man das jetzt mit Absicht wieder ein bisschen unperfekt mit den Vogelfenstern. Ja, und ich finde, es gehört auch dazu, dass Landwirtschaft und Artenschutz eben zusammen funktionieren kann. Es muss auch einfach funktionieren für unsere Ökosysteme. Und schön, dass es dann da so Möglichkeiten gibt. Meine Kollegin Imke Zimmermann hat für diese Folge mit Lara Boje von Artenglück über Biodiversität im Berufsalltag gesprochen. Ich danke dir für deine Recherche und für das Gespräch. Sehr, sehr gerne und gern wieder. Sehr gut, finde ich auch. Nächste Woche wollen wir bei Mission Energiewende herausfinden, wie die sogenannte Nationale Hafenstrategie aussieht. Und die Redaktion für diese Folge, die hatte Julia Segers. Vielen Dank dafür. Wenn ihr in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast doch einfach. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann redet drüber, teilt Mission Energiewende mit der Familie, mit Freundinnen und KollegInnen. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da, auf welcher Plattform ihr auch immer unterwegs seid. Das war es von uns vom Klimapodcast für diese Woche. Wir freuen uns, wenn ihr wieder zuhört. Mein Name ist Ina Lebedjev. Tschüss. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.